Bestattungshaus Nordend. Grabmal und Natursteinarbeiten in eigener Werkstatt. Die Form der Totenehrung durch eine würdige Gestaltung der Grabanlage ist so alt wie die menschliche Kultur. Gemeinsam mit Ihnen gestalten wir individuelle Grabmale nach Ihren Wünschen und Vorstellungen. Unser Bestattungsinstitut garantiert jedem Angehörigen, unabhängig von Umfang und Höhe der bestellten Leistung, einen Abschied in Würde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017